das experiment rolltreppe geht in die zweite phase und zwar geht es jetzt darum diese tolle kette ich muss auf der anderen seite hochgehen ich hänge hier fest diese tolle kette die wir jetzt hier schon so von oben umgewickelt haben untenrum genauso rum zu wickeln also das heißt dieses ganze segment was wir jetzt haben müssen wir quasi hier an der stelle festmachen und dann unten umwickeln also wir brauchen quasi eine zweite kette das will ich euch damit sagen die kette haben wir ja schon gespeichert deswegen bilden wir die jetzt hier noch mal ist immer gut wenn man diese ganzen dinge quasi doppelt vorhanden hat also quasi noch mal im workshop speichert da muss man die nämlich einfach nur laden und muss nicht ständig immer wieder dasselbe neu bauen weil diese kette zu bauen dauert schon ein bisschen diese ganzen segmente und bearings und so und hast du nicht gesehen das ist schon nicht so einfach also wir machen jetzt hier folgendes wir bauen jetzt hier an der stelle noch ein paar segmente dran weil die war ja zu kurz wo wir sie zum ersten mal gebaut haben oder erzeugt haben da seht ihr auch noch mal auch die leute die es in der letzten folge nicht gesehen haben wie die kette genau entstanden ist wie man das genau macht und ich sage an der stelle noch mal es ist wirklich ein experiment wenn ich sage rolltreppen experiment meine ich das ernst ich habe es vorher weder getestet noch irgendwie ausprobiert das prinzip ob es klappt ob es von der performance her hinkommt ich habe keine ahnung ich lasse mich davon jetzt komplett überraschen wenn es nicht funktioniert und es kann durchaus sein dass es nicht funktioniert übernehme ich keine verantwortung für schäden explosionen oder irgendwelche dinge die auftreten wenn wir das jetzt hier ausprobieren deswegen sage ich mal ich lösche jetzt hier mal tatsächlich diese ganze wand weg oder beziehungsweise diesen ganzen boden und auch hier löschen wir uns jetzt mal tatsächlich durch wir müssen jetzt hier mal ein kleines loch machen denn ich fürchte meine lieben freunde diese ganze kette die muss jetzt hier nämlich im geraden zustand erst mal durchgefädelt werden wenn die sich jetzt gleich hier wenn die gleich hier angeschweißt wird an der stelle ja die wird ja hier direkt daneben geschweißt an diesem block muss ich die dran kriegen und das wird jetzt ein bisschen schwierig und zwar muss ich das mit der längeren seite nach hinten machen also so ja in die richtung hier muss ich also fest schweißen das ist jetzt nicht so leicht wir löschen das mal und mal schauen wie die performance sich macht das ist ein bisschen eingeknickt das geht aber noch zum glück ist grab mechanic optimiert worden und das meine ich ernst ist es wirklich optimiert worden das ist kein joke jetzt oder so ähm genau wir platzieren das jetzt einfach da daneben jetzt bin ich gespannt augen zu und durch ahja jetzt hängt sie natürlich da drüben wir müssen wirklich die ganze reihe da die ganze wand müssen wir erst mal jetzt löschen sonst wird diese kette da immer ewig hängen bleiben und wird nie durchfallen wie sie es eigentlich soll das hat schon irgendwie was oder so eine lange kette das ist schon irgendwie sexy okay aber das reicht immer noch nicht oh gott jetzt ist die performance spürbar schlechter geworden also an der stelle kann ich an der stelle nur schöne grüße an den prozessor ausrichten beziehungsweise ja es ist halt einfach die art und weise wie scrap mechanic optimiert wurde es ist ja nicht die hardware das ist ja das problem das ist ja das alte problem was immer noch bestand hat leider ähm obwohl natürlich das spiel verwässert wurde und schon auch optimiert wurde aber es ist nach wie vor immer noch nicht so wahnsinnig optimal sind aber jetzt wirklich spürbar dabei dinge besser zu machen das muss man ihnen wirklich zugute halten also den entwicklern das sieht gar nicht so schlecht aus so und jetzt wird es insofern schwierig wir müssen jetzt versuchen dieses stück hier hinten nach da vorne zu kriegen und dann an der stelle wo das hier eingeknickt ist das ganze zu connecten und das ist jetzt nicht so einfach ich meine man könnte jetzt natürlich hier auch wieder einen controller anschweißen zwischendrin und dann einfach den segmenten eine ausrichtung geben so dass die wirklich gerade nach unten hin ausgerichtet sind in einem 45 grad winkel müsste das sein das wäre möglich das dauert aber ein bisschen lange ich probiere das jetzt aber weil das die sichere methode ist die andere methode wäre man müsste das ganze versuchen mit dem lift so hin zu schieben dass es genau da hinten hin passt und das ist eindeutig die schwerere methode man müsste dann hier immer blöcke aufziehen und gucken dass das dann so auf ausgerichtet ist in die richtung und dann irgendwie versuchen das da hinten zusammen zu schweißen ich weiß ehrlich gesagt nach wie vor noch nicht ob man das dann überhaupt so zusammenschweißen kann ich habe keine ahnung gesagt das ist jetzt alles test ich weiß es nicht wahrscheinlich geht das gar nicht was ich gerade vorhab aber es ist mal ein nettes experiment auf jeden fall und ihr seid live dabei wenn ich scheitere aber scheitern gehört dazu nur so lernt man weil nur wenn ich das mal ausprobiert habe ob man so ein objekt so wie jetzt hier zusammenschweißen kann nur dann kann ich das mit sicherheit sagen und ja ich probiere das jetzt einfach mal mit einem controller glaube ich das ist glaube ich die beste option wir pflanzieren jetzt mal da an diese kette einen controller das muss ich aufpassen dass ich den so ausrichte genau dass er nämlich nach hier zeigt nach da in richtung glas weil wenn ich das nämlich anders mache dann bleibt dann nämlich da am rad hängen das wäre nicht so gut so wir verbinden mal welche nehmen wir denn eine die nicht mehr durch die schwerkraft ausgerichtet wird es müsste diese da sein die anderen werden ja durch die schwerkraft nach unten gezogen deswegen so die muss gedreht werden in diese richtung nach da so schauen wir mal wenn wir da jetzt 45 grad eingeben was passiert ja da ist das gewicht zu stark kann das sein ja gut das ist jetzt natürlich klar die kette richtet sich jetzt natürlich aus weil es ein frei hängendes objekt ist richtet die sich jetzt entsprechend aus das heißt wir müssten jetzt wir müssten jetzt alle ketten glieder entsprechend mit kontrollern versehen damit die alle so gerade ausgerichtet sind wie wir das jetzt haben wollen egal ich probiere es sind ja nur ungefähr 30 segmente oder so kann ja nicht so lange dauern kann ja nicht so schwer sein jetzt hier aber irgendwie ist die ausrichtung da an der stelle aber schon falsch oder was ist denn das wenn ich das jetzt umdrehe wenn ich da minus 45 draus machen was passiert denn da ok ahja das verstehe ich jetzt zwar nicht aber egal ich glaube die anderen erwartet mal die anderen muss ich einfach nur die muss ich einfach nur verbinden die muss ich gar nicht ausrichten fällt mir gerade auf ein 45 grad winkel reicht ja aus an der stelle und das wird trotzdem glaube ich nicht reichen also ich werde wahrscheinlich noch einen zweiten kontrolentski einfach brauchen ja guck mal da neigt es sich schon und was ich jetzt nicht verstehe ist warum ich die 1 jetzt in die andere richtung ausrichten muss das war eigentlich richtig ausgerichtet naja egal wir werden wahrscheinlich noch einige überraschungen hier erleben an der stelle so das war's schon mehr bearings kann ich jetzt nicht an dengeln da dran dann müssen wir noch einsetzen so die müssen wie gesagt einfach nur graduiert werden hier an der stelle es ist nicht so schlimm wegen die kette hier erstmal hängt ne dann hat sie ja eine gerade ausrichtung dann ist die ja nicht irgendwie schräg oder so deswegen ist das ok schauen wir mal ich hoffe das klappt es wäre schön wenn es klappt es wäre echt schön naja das controller ist extrem ja ok huch jetzt habe ich das ja wieder abgewählt oder ja vielleicht wenn ich jetzt die 1 nochmal verändere wenn ich der jetzt zum beispiel 60 grad zuteile ja guck mal das ist gar nicht so schlecht das ist gar nicht so schlecht geben wir da doch mal 75 grad jetzt äh oh ok nein 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 äh ich habe einen pendel gebaut kann das sein es kann sich grad irgendwie nicht so richtig entscheiden ne so in welche richtung soll ich schwingen weil eigentlich also normal hätte ich jetzt ja auch gesagt die 1 ist ja so ausgerichtet dass sie in die richtung schwingen muss die kette aber sie schwingt ja also sie schwang bis jetzt ja immer in die richtung das verstehe ich nicht anscheinend ist Scrap Mechanic grad etwas konfusioniert vielleicht sollte ich das ganze auch auf slow stellen damit da nicht plötzlich irgendwelche schwungbewegungen auftreten die ich gar nicht haben will da das verstehe ich nicht warum was passiert da ah guck mal das Rad dreht sich schon da an der Stelle seht ihr das ich glaube das ist verantwortlich dafür die Bearing wirkt sich auf das Rad aus dann sollte ich vielleicht nicht die 1 nehmen tatsächlich dann sollte ich vielleicht lieber eine andere tiefer liegende Bearing nehmen weil die ihre Kraft auf die Räder überträgt und die Räder übertragen auch wieder Kraft ihrerseits und dadurch aber bei der 2 passiert das gleiche kann das sein die 2 rotiert auch nicht in die richtung in diese rotieren soll sie soll ja eigentlich in die richtung genauso rotieren also nach da macht es ja auch nicht ich lass mal nochmal alle Rotationen komplett weg da müsste es ja eigentlich nach unten hängen ja das tut sie auch vielleicht sollte ich einfach mal die 3 probieren aber dann hängt die Kette wieder so durch an der Stelle die 2 wäre eigentlich ideal also aus meiner Perspektive ist die 2 perfekt ich probiere es aber trotzdem einfach mal spaßenshalber mit der 3 die 3 ist die richtig ausgerichtet man kann es auch so schlecht sehen die 3 ist nicht richtig ausgerichtet ich invertiere die mal die muss nämlich tatsächlich genau in die Richtung schauen wir mal was bei der 3 passiert wenn wir da jetzt 60 einstellen ey das check ich nicht ohne Witz warum dreht die sich in die falsche Richtung wenn ich da jetzt wieder Minus eingebe oder ich kann es ja an der B-Ring direkt ändern Moment wenn wir die 3 nochmal invertieren ok aber da passiert zumindest das was passieren soll ne jetzt ich blick da grad so nicht so richtig durch muss ich sagen mit den Ausrichtungen das ergibt irgendwie grad keinen Sinn oder ich hab es einfach grad nur nicht durchschaut aber ihr seht das ist schweine kompliziert hier und wir sehen hier unten wird die Physik schon gar nicht mehr berechnet das bleibt hier einfach in dem Zustand in dem es schon die ganze Zeit ist das verändert sich hier gar nicht mehr obwohl es ein freischwingendes Objekt ist ist auch wieder so ein Rätsel wahrscheinlich ist die Rolltreppe einfach zu groß wahrscheinlich geht das schon durchaus wie ich das vor habe aber nur im kleinen Rahmen ok und wir sehen eigentlich hängt es auch gar nicht jetzt an der Zahl wir können dann eigentlich auch wieder das ganze zurückdrehen und sagen einfach zu 2 60 Grad da müsste es eigentlich passen wow oh ein Pendel vielleicht war das ein kleiner Schubs in die richtige Richtung oder auch nicht oder liegt das daran dass die 1 jetzt auch eine Ausrichtung braucht das wäre natürlich der Kracher wartet mal wenn wir jetzt der 1 sagen dreh dich auch um 60 Grad vor allem hier habe ich 90 Grad eingestellt das ist viel zu viel aber auch die 1 dreht sich falsch na obwohl das sieht gut aus jetzt hängt es wieder jetzt geht es wieder zurück ne das ist okay eigentlich das ist näher dran als gerade eben noch auf jeden Fall so jetzt müssten wir noch brauchen wir noch einen Controller auf jeden Fall für die anderen B-Rings die da noch rüber sind müssen wir das ganze mal entsprechend begradigen wow 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 entspann dich entspann wow 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 das ist mal ein Pendel oder da kriegt man doch direkt Ehrfurcht wenn ich das mal sagen darf mit der Kette ausgepeitscht zu werden ist bestimmt auch ziemlich schmerzhaft ups und das war es schon wir sehen schon wir brauchen mehr Controller viel viel mehr viel viel mehr aber was ich jetzt auch wieder nicht verstehe jetzt hängt es wieder nach unten durch warum warum ist das so hat das einen bestimmten Grund habe ich irgendwas übersehen ist auch so die andere Frage die mir die ganze Zeit durch den Kopf geht diese verdammte Schwerkraft vielleicht sollte ich das ganze doch mit dem Lift versuchen tatsächlich vielleicht ist das die sinnvollere Variante wisst ihr was ich jetzt probiere ich probiere jetzt einfach eine Kombination aus beiden Taktiken hehehe ich probiere jetzt einfach mal wenn ich jetzt Moment ich muss ja das ganze wie gesagt das ist ja gerade der Sinn der Übung ich muss es aufrichten dass es so an an den Rädern hier unten dran liegt in der Richtung in der es halt anliegen soll wenn ich jetzt hier an der Stelle diesen Block aufziehe und dann hier drüben auf der Seite den Lift aufbaue und wenn ich dann jetzt den Lift anhebe was passiert? Ah ja okay so jetzt müsste ich gucken das ist natürlich so auch nicht gewollt eigentlich was hier passiert ich schlag jetzt mal die Kette nach vorne die Kette nach vorne das geht leider nicht Moment jetzt nochmal anheben ah hehehe ja 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 der Spielbär mit seinem Wahnsinn immer jetzt schnell hoch ja das ist nicht verkehrt boah man müsste jetzt schieben können irgendwie jetzt müsste man äh das ist auch witzig dass man mit dem Hammer blocken kann irgendwie die ah jetzt habe ich glaube ich da oben den Fehler gemacht jetzt hängt es nicht mehr richtig durch kann das sein jetzt habe ich das Haus gehebelt oben muss ich nochmal oben nachgucken boah ist das eine Konstruktion das ist der Wahnsinn vor allem ich kann das so gar nicht aufgebaut lassen ja guck mal jetzt hat es sich hier oben nämlich aufgewickelt das ist nämlich eigentlich was was nicht passieren soll das liegt aber auch daran dass hier jetzt die Bearing entsprechend eingestellt sind wenn ich da drauf rum schlage kann ich das wieder entwirren ne das ist jetzt natürlich doof das hier ah 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 hehehe oh man ähm das soll so natürlich jetzt gar nicht sein wartet mal wenn ich jetzt an welchem hingen die jetzt nochmal die 1 an dem hier ne wenn ich das jetzt nochmal löse sodass es wieder frei hängt an der Stelle oben. Oh Gott. Ja, dann... Ja, jetzt rutscht es wieder nach... Ja, 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 ja. Genau, genau, genau. Ah, guckt mal. Moment, jetzt hängt es doch hier... Wie ist denn das, wenn ich ein Gewicht dranhänge? Wenn ich jetzt hier Gewichte dranhänge, müsste das Gewicht doch schwerkraftsmäßig das Ganze eigentlich in meine Richtung ziehen. Nee, jetzt zieht's nach unten natürlich. Jetzt zieht es natürlich in Richtung Schwerkraft. Wartet mal. Wartet mal, 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 bau, 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 bau. Ich probier jetzt mal was. Und zwar... Schauen wir mal... Huch. Genau. Wie weit kann ich hier rangehen? Wann kann ich Blöcke platzieren? weil die schieben das ja auch nach vorne. Noch nicht. Scheiße. Scheiße. Warte, warte. Jetzt müsste ich aber einen davor setzen können. Immer noch nicht. Da haben sie die Kollisionen verbessert. Nein. Ja, doch, doch, doch. Es geht, es geht, es geht, es geht. Jetzt muss ich das Ganze quasi Block für Block nach vorne schieben. Das geht, okay. Seht ihr das? Es wird immer eine kleine Idee wieder weiter nach vorne geschoben. So geht das. Wahrscheinlich wird es irgendwann jetzt total ausrasten. Und ich wahrscheinlich mit. Schade, da passiert nichts. Warum passiert da nichts? Muss ich mir hier mal einen weiter oben gelegenen Punkt suchen. Jetzt kann ich bestimmt hier unten einen Block setzen noch. Ja, und jetzt hier. Und hier leider nicht mehr. Da müssen wir jetzt wieder weiter nach oben gehen. Das geht gerade nicht, weil oben leider keine Anbaupunkte sind. Moment. Stellen wir uns mal auf den Lift drauf. Aber so geht das. Langsam und vorsichtig tasten wir uns hier vor. Wir tatzen uns vor, ja. Das sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Ein bisschen höher noch. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, kann ich an der Stelle nur sagen. Ja, wir sind dann mit der Rolltreppe in Folge 500 oder so wahrscheinlich fertig, ne. Ist klar. Kann sich nur noch um Wochen handeln. Kann ich jetzt hier vielleicht zufällig einen rüberziehen? Kann nicht. Bringt mir noch nichts. Das bringt mir was. Das bringt mir auch was. Das bringt mir nichts. Bringt mir das was? Ne. Und das? Das hier? Das bringt mir was. Ja! Jetzt kann ich wieder hier unten einsetzen. Genau. Hier leider wieder nicht. Jetzt geht es wieder hier. Ja. Jetzt kann ich wieder hier unten weitermachen. So. So. Und so. Man schiebt es immer so ein bisschen um ein paar Grad weiter nach vorne. Das ist eigentlich das total der Irrsinn, was ich hier gerade versuche. Aber wahrscheinlich geht es auch gar nicht. Weil man wahrscheinlich eh nicht die zwei Objekte zusammengeschweißt kriegt. Aber wir haben den Winkel schon deutlich in die Richtung verschoben. Also in die Richtung, die wir eigentlich in die wir eigentlich hinwollen. Auf jeden Fall. Es ist nur ganz schön anstrengend. Aber wisst ihr, was ich jetzt einfach mal versuche? Ich versuche das jetzt einfach mal offscreen so auszurichten, wie ich das haben möchte. Nämlich, dass die Kette sich hier an den Rädern entlang bewegt. An der Stelle ist jetzt die Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Scrap Mechanic und dann hoffentlich mit einer ausgerichteten Kette an den Führungsrädern der Rolltreppe. Bis zur nächsten Folge Scrap Mechanic. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.